hey freunde des klemmbausteins ich begrüße euch zum sechsten update der micro scale brickworld ja hier könnt ihr schon sehen ich habe schon den grundriss für unser neues haus ausgelegt letztes mal ging es ja um das wasser der kanalstadt habe ich das wasser gebaut hier hinten sind mir dann die plates und fliesen ausgegangen aber ich denke man kann schon ganz gut erkennen was ich hier vor habe und man kann vor allem denke ich auch ganz gut erkennen die unterschiedlichen wassertiefen und diesen farbton den ich haben wollte dieses türkis blau smaraggrün wenn euch interessiert wie ich das ganze gebaut habe schaut euch gerne das update an packe ich euch in die video beschreibung und natürlich auch in die endcard so dieses mal soll es dann aber um unser nächstes haus gehen ja es wird um einiges größer als die häuser davor wir haben hier noppenbreiten von 20 x 20 hier hinten habe ich dann so eine kleine aussparung gelassen weil hier kommt der eingang für unser hotel hin genau das ganze soll ein hotel werden einige gäste sollen darin platz finden darum muss das ganze natürlich ein bisschen größer sein als die häuser hier auf der linken seite die wir bis jetzt gebaut haben mit den farben möchte ich auch ein bisschen mehr wagen das ganze soll ein bisschen farbenfroher gestaltet werden nicht nur in diesen grau ten und weiß tönen aber ja lasst euch da mal überraschen ich habe da schon so einige ideen die boots garage habe ich schon mal angefangen zu bauen um hier schon mal ein gefühl dafür zu kriegen wo wo ich was hinsetzen möchte und die muss ich natürlich am anfang bauen die im nachhinein da noch irgendwo rein zu drücken wäre ein bisschen schwierig habe ich auch schon das wasser rein verlegt falls ihr euch wundert warum hier so ein spalt ist ja das hängt damit zusammen ich habe das ganze modular gestaltet also ich kann das hier einfach so rausnehmen und kann es mir dann schön mit aufs sofa nehmen und kann dann da bauen weil ja da habe ich meistens die besten ideen da kann ich auch alle naja nicht alle aber viele steine und plates vor mir aufreihen und kommen meistens so auf die kreativsten lösungen genau und bevor ich jetzt hier noch länger quatsche würde ich sagen fange ich mit dem bau an nehme euch wieder auf dem ganzen weg mit erkläre euch meine ideen und bautechniken also wir starten jetzt so jetzt mache ich mal eine kleine pause um euch mal meinen westflügel zu zeigen vom hotel ja das ist jetzt die seite die zu diesem hauptkanal zu dem breiten kanal hin zeigt ja und ihr könnt ihr schon die farben ganz gut erkennen würde ich sagen da habe ich mich einmal für in der mitte für sand blue entschieden und auf den außen für light bush grey ja dieser sand blue farbton der hat es mir echt angetan gefällt mir total gut und auch im kontrast mit diesen weißen fenstern da habe ich aber auch ein bisschen hin und her experimentiert allgemein bei den fenstern auch hier außen habe ich mich ja für braune fenster entschieden das war ein hin und her und jetzt bin ich bei dieser endversion gelandet die mir total gut gefällt auch dieser kontrast von diesem sand blue mit dem light bush grey diesem außen mauerwerk ja finde ich passt ganz passt echt super dann sind hier noch so ja so schlitze drin die werden noch zugebaut aber da habe ich mir eine andere bautechnik überlegt die kann ich euch dann gleich zeigen im nächsten cut dazu dann ja wie gesagt dann dazu nachher mehr dann könnt ihr das vielleicht hier kennen wenn ich mal ein bisschen näher ran gehe ich kann ja diese mauersteine die ich hier oben habe die kann ich hier ja nicht neben das fenster setzen aber ich wollte trotzdem hier immer mal wieder so kleine schlitze drin haben also so rillen so ein eigenes mauerwerk und da kann ich euch mal zeigen wie man das wenn ihr es noch nicht wisst wie man das selber im endeffekt bauen kann ja ich glaube so kann man schon ganz gut erkennen hier auf der rechten seite habe ich nur normale plates nebeneinander also aufeinander gesetzt und da kann man die rillen ja ich fokussiere jetzt extra mal darauf ja nur ganz ganz gering erkennen auf der linken seite da habe ich diese plate jumper plate oder plate modified aufeinander gesetzt und so können wir dann eine eigene rille erzeugen ich denke das kann man ganz gut sehen und ja das habe ich natürlich dann auch immer wieder hier reingebaut da geht dann einfach der perfektionismus mit mir durch dann könnt ihr hier auf den außen in dark blue square diese verzierungen noch sehen die ich noch mit eingebaut habe habe ich aber auch nicht übertrieben ja und da kommen jetzt noch ein paar etagen drauf also wir werden auf jeden fall das hotel hier vier stöckig machen also zwei etagen folgen noch und natürlich dann auch noch hier die andere seite da werde ich eine komplett andere farbe benutzen aber ja seid da mal gespannt das zeige ich euch gleich jetzt drehe ich das hotel einmal um um euch mal zu zeigen wie ich diese fenster befestigt habe und was ich dafür bautechniken benutzt habe so manche würden jetzt sagen hier ist die farbseuche verbaut aber natürlich verwende ich hier eher plates und steine die ich sonst nicht so viel brauche oder die natürlich günstiger sind hier vorne habe ich euch jetzt schon mal ja meine fenster quasi hingelegt wollte ich zeigen wie ich die wie ich die befestige hinten ja ich musste im endeffekt muss ich die mit so einer plate befestigen weil ich die ja so nicht aufeinander setzen kann und dann setze ich die hier von davon von da unten auf das mauerwerk drauf also kippt die einmal und das sind dann diese orangenen plates die dann diese big modified von hinten halten hier in der mitte habe ich also diese tür zu unserem kleinen balkon die habe ich anders gebaut da habe ich die steine so aufeinander gesetzt dann habe ich hier da kann man sich so gut erkennen hier kann man es ein bisschen besser sehen einmal einer plates in trends green drauf gedrückt auf die fenster von hinten weil wir ja später unser gebäude von innen beleuchten werden habe ich halt da das bild vor augen dass das dann halt ja dass das dann so ein grün getöntes fenster ist ich glaube das sieht klasse später aus den strom den werde ich später also ich glaube das dauert gar nicht mehr so lange in paar updates werde ich auf jeden fall schon mal anfangen zu experimentieren damit ich habe da gerade ein paar sachen bestellt und hoffe dass das funktioniert also ich halte euch da auf dem laufenden hier habe ich einmal die öffnung nach unten wo ich dann diese stromkabel zum verteiler führe ja und jetzt baue ich dann auch direkt mal weiter und zeige euch dann den nächsten baut fortschritt so jetzt habe ich euch mal beziehungsweise die kamera mal kurz abgestellt um euch mal zu zeigen wie sich das ganze hier entwickelt hat ja es ist ein bisschen meiner fantasie durchgegangen und ich finde es hat sieht aber klasse aus also ich hatte das normal komplett anders geplant ich wollte eigentlich hier auf der rechten seite ja im endeffekt diese diese fenster reihe die wir hier links haben in diesem library gray und den braunen fenstern einmal kopieren im endeffekt und dachte mir das sieht gut aus und habe es dann gemacht und dann hat es mir irgendwie gar nicht gefallen das sah irgendwie lang langweilig aus und sehr monoton und vor allem mit dem gedanken dass wir ja hier auf der rechten seite auch noch mal im endeffekt was was ähnliches bauen mit einer anderen farbe dachte ich mir dass das wird irgendwie zu überladen mit fenstern und da ist mir die idee gekommen mit dem grünzeug und ich habe mir gedacht ich lasse doch hier einfach mal ein bisschen grünzeug hochwachsen nennt es efeuern nennt es ranken die sich hier von unten nach oben hoch ranken genau und ja ich finde das sieht klasse aus das lockert das ganze gebäude noch mal auf das hotel wird ja natürlich auch wie ich gesagt hatte um einiges größer als die häuser die wir bis jetzt gebaut haben und da dachte ich mir durch so ein bisschen grün am haus kann das ganze doch noch mal eine ganz andere optik kriegen ja dann habe ich hier unten die fenster vielleicht ist es euch schon aufgefallen die habe ich auch abgeändert da wollte ich die optik dass dieser ganzen fenster anreihung mal ein bisschen brechen und dachte mir dass ich in der untersten reihe weil die ja auch eher unbewohnbar ist oder zumindest eher nur so ein keller kellerräume sich darin befinden dass wir da so einer fenster einbauen genau bis auf links dieses doppelte das habe ich stehen lassen dass das passt für mich und dann habe ich auch die etagen darüber das kann man ja auch ganz gut erkennen da habe ich einmal die etage die ich eben schon gebaut hatte einmal hier oben kopiert und in der mitte habe ich habe ich aber eine andere anordnung gemacht und habe dann im endeffekt zwei balkone pro etage eingebaut ja dann dieses diese steine hatte ich ja gesagt dass ich da eine andere lösung gefunden habe die habe ich einmal gekippt und hinten mit einer plate verbunden und die sind dann unten und werden auch oben noch an so einem bracket befestigt ich glaube es heißt bracket kann ich euch mal kurz zeigen wenn man das hier rausnimmt ja da kann man ihn durch erkennen hier in dem fall ein grüner bracket genau und jetzt würde ich sagen baue ich mal weiter und zeige euch dann den nächsten fortschritt ja das ist glaube ich bis jetzt der heftigste baufortschritt den ich geschafft habe ich ja war so im bau flow und wollte irgendwie nicht aufhören ich hatte erst zwischendurch noch mal überlegt einen kleinen cut zu machen um euch noch mal kurz mitzunehmen aber im endeffekt ist die seite ja fast genauso gebaut wie hier diese vorderseite nur da bis darauf dass ich hier eine andere farbe verwendet habe dieses bright light orange und dass ich die balkone hier ein bisschen anders angeordnet habe genau und dann noch ein kleiner unterschied hier haben wir einen versatz von zwei bricks und hier habe ich das nur ein brick also ein ein stein weit raus gucken lassen weil ich diesen kanal hier sonst zu eng machen würde ich bin sowieso am überlegen ob ich jetzt hier noch eine plate reihe oder zwei plate rein wasser dran setze aber das können wir immer noch mal machen so jetzt stelle ich euch mal kurz ab ja ich denke die perspektive ist ganz gut hier könnt ihr beide seiten gut erkennen ja wenn die beiden farben nicht miteinander harmonieren dann weiß ich es ja auch nicht also ich finde dieses sand blue und dieses bright light orange das sieht einfach klasse aus dann noch hier in der mitte dieser dieses grün zeug was ich ja dann noch gebaut habe ich finde das passt einfach super zueinander ja und jetzt hier die rechte seite ja leute da bin ich fast verzweifelt da war ich gerade die fenster hier am bauen ich glaube ich war mit der zweiten etage fertig ja und da hatte ich keine weißen brick modified mehr also diese steine die weißen womit ich hier diese fenster baue habe alles durchsucht ich habe ja wie gesagt noch nicht viele steine ich muss ja erst mal nach und nach meinen steine vorrat aufbauen und war dann echt am verzweifeln und häufig ist es so dass ich dann irgendwie wenn ich nicht bestimmte steine habe dass ich dann auf andere ideen komme aber hier in dem fall war das so ich konnte jetzt hier nicht das muster unterbrechen mit dem weiß das hätte für mich gar nicht gepasst also habe ich überlegt und überlegt und dann fiel mir ein du hast doch diese mini modulars da habe ich eins im allerersten update davon gezeigt die hat lego ja ich weiß nicht mehr genau welches jahr das war ich kann euch gerne den link noch mal in die beschreibung packen und davon habe ich ja fünf stück das ist ja auch sind ja auch diese micro scale gebäude und da waren dann gott sei dank zwei stück dabei die auch diese weißen brick modified verbaut hatten ja und dann habe ich im endeffekt diese beiden gebäude komplett auseinander gerupft um diese um diese steine da rauszuholen um dann hier die fenster zu bauen ich blende euch mal ein foto ein ich habe das sogar fotografiert damit ihr mal seht was ich da machen musste ja im endeffekt aber nicht schlimm weil ich wollte die gebäude sowieso nicht hier rein stellen ich möchte ja alles mocken und alles selbst bauen daher war es dann auch nicht so schlimm genau hätte ich sowieso irgendwann auseinander gebaut die häuschen dann kann ich euch noch ein foto einblenden und zwar von der boots garage ich kriege das hier sonst nicht gut erfasst mit der kamera da wirklich mir total einen ab schaut euch mal das bild an da könnt ihr sehen auf der linken seite sind dann die boote die halterungen für die boote dann könnt ihr auch die tür erkennen die habe ich in dark ten gemacht da geht es dann ins haus genau so ein so ein haus in so einer kanalstadt muss ja auch vor allem ein hotel muss ja auch mit lebensmitteln und so beliefert werden und das läuft natürlich in so einer kanalstadt nicht über straßen sondern über unsere ja über unsere wasserstraßen über unsere kanäle genau dann bin ich gerade überlegen ob ich irgendwas vergessen habe ne ich glaube soweit alles gesagt hier oben die dachterrasse beziehungsweise das komplette hotel werde ich dann beim nächsten update fertig stellen die dachterrasse da habe ich schon wie gesagt einige ideen da ja lasst euch da überraschen ich weiß selber noch nicht genau wo es hingeht aber ich habe so ein grobes bild im kopf genau wie mit der seite wo dann hier der haupteingang und so hinkommt da habe ich auch einige ideen aber meistens entwickelt das sich ja bei mir im baue dass ich dann auf noch mal andere ideen komme noch mal abreiße noch mal neu baue noch mal abreiße und dann sieht es dann zum schluss so aus wie es jetzt hier aussieht ja ich hoffe euch hat das update gefallen lasst mir gerne einen daumen nach oben da und ja dann kann ich auch nur sagen ich wünsche euch alles gute macht euch noch einen schönen tag bis zum nächsten update ciao ciao euer briggs im kopf im kopf